Ach stimmt, es ist morgen schon... Ne, warte, es ist Montag. Ich bin zwar dienstlich da, aber... Ah ja, natürlich. Wollte es dir sagen, weil mein Kumpel hat... Mein Kumpel sitzt da kostenlos drin. Ich muss schnell pissen, ich komm. Der Pfann nutzt die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Jetzt hoch! Jetzt hoch! Pfann gelang! Pfann! 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 Ich bin nicht! Jetzt gehen wir mal hin. Eine Gruppe von mir hat einen Logen da nahe Platzfahrten von einer anderen Gruppe seiner Freunde bekommen. Du bist bei der Polizei drin oder was? Darfst du da eigentlich hinschauen? Nicht alles, aber ein Teil, ja. Hinlegen, boys. Hinlegen. Ah ja. Ich zieh die da zu zweiter. Oh, Alter, ich habe ihn mit der Lasergang bekommen. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Ich dachte eigentlich, du machst ihn jetzt. Wie hast du denn nicht gefunden? Weil ich nicht wusste, ob noch wer kommt. Dann bin ich zurück, habe mich aufgeplated, habe die Waffe gewechselt. Der hat die Waffe so langsam gewechselt. Während er sich gerade hochgeholt hat, habe ich gerade noch auf ihn geschossen. 3, 4 Schüsse. Dann hat er sich hochgeholt und dann hast du ihn gedauert. Also knapper geht es, glaube ich, gar nicht. Verkündete Ausrüstungslieferung unterlegt. Verkündete Ausrüstungslieferung unterlegt. Händeflacken. Ja, ja. Da sind Flackenfläge gebraucht. Was? 42 Meter. Oh, Wahnsinn, Chemical ist noch einer drin. Da. Wegpump markiert. 5 Meter, der ist über mir. Da. Schild, ja. 2 Leute. 2 Leute. Am Dach. Digga, Digga. Wir haben doch dieselbe Waffe. Alter, habe ich da gerade weggeschaut. Da vor mir, hinter der Mauer. Bei der Treppe. Er ist rausgesprungen. Nein, die Drohne ist aktiv. Woher hin? Ich check's nicht. Die haben doch dieselbe Waffe wie ich. Der ist bei euch noch, oder? Bei euch noch ein Back. Ich weiß noch was. Nein, einfach blau. Blau. Hier sind zwei Leute wieder. Nein, die springen runter. Halt hier, Boys. Oh, One-Shot. Nein, Boys. Noo. Nein, Boys. Noo. Nein, Boys. Noo. 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 Digga, ich bin gerade rumgelaufen. Nicht raus. Noo. 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 Irgendwo da. Noo. Was schießen die denn schon wieder? da gibt es alle keine plassen ja da kommt ich hab keine Ruhe ah hier unten, hier unten war nicht der gerade am Dach oder? 2 oder 3 Leute ja was jetzt 2, 3 3, 2 sind unten, einer von da oben ach ach jetzt ist auf einmal einer jetzt ist auf einmal einer hinter mir ach der war über mir schon 2, 3 3 aaaaaaah aaaaaaah Ehrgeschoss, die kommen zeitlich hoch kommen gleich alle ja ja und der andere Dully checkt schon wieder gar nix wir werden angegriffen they're coming ein Schoße das ist aber eigentlich nur wahr aber das ist schlecht einen noch ich werde von woanders jetzt spring ich genau von die alter, alter hab ich gerade lag gehabt alter das kann uiuiuiui hab ich gerade lag gehabt ja nach der Runde bin ich überhaupt aus ja vielleicht ab zur neuen sicherheitszone gas nähert sich vertrumpelte Linn steigt wieder ein haben wir noch tiefer in den nein wie kann man so ja klar rechte Hand noch rechte Hand und Hüfte äh äh haben die gesagt dass die übers langfristig bleiben werden weiß man das ne normal nicht aber ich habe absolut die lange rechte Hand jetzt was sagst du das wissen sie nicht ob sie das eh nur ist oder sagen wir mal ob sie selber rausgehen wenn man normalen wirklich nichts bleibt was haben vor mir das ist schlecht ich glaube das ist schlecht truppen mit Linn steigt wieder ein da bist du wieder von Bion und von Prisoner abgecampt hier das ist hier anders gerät oder Bion ist hier gar kein wundervoll naja die Schöne bleiben aus dem Fenster raus da ich check vielleicht nicht was er da oben macht das ist das Endspiel wieder Auferstehung deaktiviert das Gas kommt näher neue Sicherheitszone wird markiert jetzt dachte ich schon unser Loader ist aufgrund äh ich nehme mal so eine mobile wo müssen die mobile Deckung hier hin da war irgendwo eine hab sie die mitgenommen? ich hab die dann könnten wir die vor ein Loader vor ein Loader bauen RT hat einen eingekauft direkt vor dem Loch könnten wir die von Loader hat er noch Loader ziehen von Loader hat er noch Loader ziehen steigt wieder ein ja hier ich brauch aber auch platten ich brauch aber auch platten hä wo ich redet von mit dem die Leck ich brauch eigentlich platten hä was machst du jetzt mit dem Geld ja dann gibs mir dann glaub ich platten ja dann ja platten ist doch schlauer einfach ich glaub hier ja nicht ich darf schon entschüllen ja nicht zu treu ja ich brauch platten ich muss platten ich kann dir noch welche kaufen ja komm bitte da liegen noch keine Waffen Momentan, wir wollen das nicht gut funktionieren. Am Dach, am Dach, am Dach. Macht mal die Türen zu. Was macht ihr jetzt die Tür auf, Digga? Da sind auch wir gerade hergekommen. Was willst du jetzt die Tür aufnehmen? Es gibt solche Onks, Alter. Hier sind wir MP7. MP zum Aufnehmen gekennzeichnet. Das ist die Graue, aber ich hab den Gas nicht. Ah, das ist so smart. Wo ist da wer? Alles gut, Alter. Da kommt der vor uns. Da springt der. Ja. Wir können gleich mal schauen. Digga, wie ihr kennt. Ja, ich freu mich jetzt. Ich komm wieder. Ach, Dach noch, Dach noch. Am Dach, am Dach, am Dach, am Dach. Genau am Dach, am Dach, am Dach, genau am Dach. Jetzt springt er runter. Ach, schnappern wir gerade. Ach, war keine schlechte Runde. Tschüssi. Okay. 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 Tschüssi.